Lass dich streiten, so liebes Publikum, Sie sind jetzt dran. Wir spielen nämlich jetzt das berühmte Zuschauer-Pantomimisch-Spiel. Hier haben wir Begriffe, die dieses Jahr auch geprägt wurden. Und Sie müssen das pantomimisch, also ohne zu sprechen, darstellen. Und unsere Kandidaten müssen das raten. Wer möchte anfangen? Wir haben Gleichstand. Wir haben letztes Mal verloren, ne? Wollt ihr rauskommen? Wir haben beim letzten Mal gewonnen, mein lieber Freund. Das möchte ich an dieser Stelle noch einmal betonen. Ihr habt zwei Minuten Zeit. Selbstverständlich. Wenn ihr nicht weiterkommt, dürft ihr weiter sagen, dann kommt der nächste Begriff. Bleibt ein bisschen hinter mir. Können wir uns aufteilen, weil die wollen ja mitmachen, ne? Ich zeig überall hin. Wie gesagt, nicht sprechen. Also wir teilen es ein bisschen auf. Ach du Scheiße. Er zeigt, ihr macht vor und wir sprechen uns ab gar nicht. Wo müssen wir stehen? Du kannst stehen, wo du willst, nur nicht davor, weil dann siehst du ja... Wir gehen nicht so weit, sonst wir kommunizieren. Gut. Die Zeit noch nicht abfahren. Bitte jetzt. Rennen, laufen, Eis, 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 Eis laufen, Eis laufen. Schwanger, Schwanger, Schwangere, Eis laufen. Was? Wie? Wer ist schwanger? Eltern oder Eis? Marathon! 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 Werbesteuer! Werbesteuererhöhung! Sexbörse geht an die Börse und gewinnt! Man nimmt sich einen Schein ab! Weiter, 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 weiter! So, mal steh! Ich! Bulli! Du! Hallo! Lissi! Lissi! Doping, Doping, Doping Rad, Epo, Ulrich raus! Häschen in der Grube! Was? Kinder! Ah! Schmut! 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 Was? Was? Haareblondier! Wie heißt der? Mario hinter Gitter? Mario hinter Gitter? Lange Haare! Gefärbte Haare! Haare! Ondulieren! Dauerwelle! 30 Sekunden! Ah! Kunatz! Kunatz! Frauen hinter Gitter! Der ist hinten hinter Gitter! Fernseh! Kiste! Große Kiste! 16 zu 9! 16 zu 9! Yes! Sehr gut! Sehr gut! Sehr gut! Sehr gut! Was? Was denn? Was? Wie? Band! Band! Kameramann! Karaoke! Indie! DS! Und Stopp! 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 Zeit ist um! Wieso sagst du hier Flatrates aus? Sensationell! Sehr gut! Ja auch hier! Gut mich um! Danke schön! Super! Danke schön! Sehr gut! Auch wenn die vielleicht nicht hingucken mitmachen da hinten! Nicht so faul da rumsitzen! Ja ich weiß! Ich weiß es nicht! Das ist aber auch uninteressant! Auch für euch zwei Minuten! rato! Und los geht's! Schippen, schippen, graben, graben, graben! Schmeidischöber! Mauerbau! Spionage! Schippen, schicken, gucken! Dicke Brüste! Was? Backern! Spannen! Spinnen! Spinnen! Frauen, weiter sagen wir. Weiter, komm. Verheiratet. Weiter oder ich? Dufer Begriff. Frauen bei der Bundeswehr. Bauer sucht Frau. Brillenschlange. Fernsehen. Film. Angeln. Angeln, Brille. Schreiben, Malen. Stirn. Harry Potter. Ah, lieber Lein. Hitler. Rechtsradikal. Ostdeutschland. Was weiß ich? Eva Herrmann. Weiter, weiter, schnell. Schnell, schnell, schnell. Stefan Raab, schlag den Raab. Eins, zwei, drei. Laufen, rennen, hopp. Ein sensationelles Format auf ProSieben. Gehen, gucken. Tobi-Pilgarten. Ach, sag mal Leute. Handy, äh, iPhone. Geheiratet. Weiter, das ist ganz kompliziert. Heiraten. Geheiratet. Geheiratet. Wer denn? Heiratet. Camilla. Ein sensationelles Format auf ProSieben. Nein, 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 nein. Geheiratet. Sieben? Sieben. Aber das ist nicht eben. Kuxen. Was? Art? Art? Nase? Kuxen. Kuxen. Die Zeit ist um. Es tut mir leid. Wie schön. Aber einer war auch schwer hier. So, ich weiß nicht, was für einen Stand wir haben. Das war's jedenfalls mit dem großen TV-Total-Silvester-Quiz. Der erste Anfang bei Eva Herrmann war, glaube ich, Hitler. So. Bitte. Start. Ne, warte, hallo. Ach, ihr wollt was zu trinken? Ja. Natürlich. Aber ich muss noch das offizielle Endergebnis unseres großen Total-Silvester-Quiz. Ja! Köln. Beim großen TV-Total-Silvester-Quiz gab es heute eine spannende Entscheidung. Mit einem Punkt hat ein Team gewonnen. Und dieses Team darf gleich als erstes ein Stück Fleisch auf das große Raclette hier packen. Mit 26 zu 25 haben Bully und Rick gewonnen! Glückwunsch! Glückwunsch! So! Rick! Glückwunsch!